Diese Mod zu hosten war nicht für uns und wir haben sicherlich das Recht dazu, nicht jegliche Inhalte auf unserer Plattform zu hosten. Es ist kein politisches... Nein, nein, es ist kein politisches Statement! Ja, was ist es denn dann? Natürlich ist es ein politisches Statement! Es geht gar nicht politischer, denn ihr könnt es doch nicht mal ertragen, dass jemand auf seinem heimischen PC das einfach deaktiviert. Starfield oder wie ich es gerne nenne Snorefield ist ja gerade der heiße Scheiß in der Gaming-Szene. Ich habe selber auch angespielt. Ja, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Aber jetzt geht es natürlich wieder um das große Thema Diversität und was Nexus-Mod damit zu tun hat und welchen Skandal es da jetzt wieder gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Maximilian Pütz, Männerrechtler, Männer-Coach und politischer Kommentator hier auf YouTube. Und jetzt mal ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich Gaming und die Vokiesierung der Gaming-Szene. Und zwar ist Folgendes passiert. Starfield ist herausgekommen, das Game, da ich den Game Pass habe, habe ich es auch angespielt und muss sagen, ich war sehr, sehr unterbegeistert. Der Hype-Train ist not real. Ja, also ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden gespielt und habe mich dann wieder Hogwarts Legacy zugewandt. Ist ja auch irgendwie besser, weil ich dann gleichzeitig auch trans Leuten ihre Identität abspreche. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Vorsicht, Ironie, YouTube-Zensoren. Es ist eigentlich echt langweilig. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann, wenn ich mehr Zeit habe, auch weiterspielen, weil ich einfach ein zu größer Science-Fiction bin, als dass ich es ignorieren werde. Aber ich muss sagen, da ist No Man's Sky, wenn man irgendwie so ein bisschen Weltraum-Action erleben möchte, dem Haus hoch überlegen. Gut, aber es gibt einen Skandal. Ich habe mich schon ein bisschen stirnrunzelnd anerkannt, als ich dann da meinen Charakter erstellt habe, dass ich dann da auf einmal meine Pronomen auswählen konnte. Und ich dachte so, okay, was ist das jetzt für eine Kacke? Also ich erstelle mir dann einen Charakter, der männlich aussieht, aber mache dann weibliche Pronomen oder non-binäre Pronomen oder was. Warum erstelle ich mir dann nicht einfach einen Charakter, der irgendwie weiblich aussieht, wenn ich trans bin und nehme weibliche Pronomen oder die Default. Aber es ist egal. Alle diese Leute, es gibt ja diesen EGE-Score oder sowas. Das heißt, die Unternehmen werden ja fast gezwungen dazu, diese Scheiße mitzumachen. Mir geht es tierisch auf den Sack und wo ich das boykottieren kann, boykottiere ich es, weil es meine Freiheit einschränkt. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn mir diese Scheiße force gefeedet wird. Das geht in dem Fall von Starfield noch klar, weil es ist eine Wahl. Aber wo jetzt zum Beispiel bei einem Battlefield 2040 alles durchgegendert wird und davon auf einmal von SturmschützInnen gesprochen wird. Leute, da hört die Scheiße für mich auf und das würde ich niemals kaufen. Textlich wird Gott sei Dank nicht gegendert, glaube ich, in dem Game. Ich weiß es gar nicht. Hatte ich auf Englisch gestellt oder auf Deutsch gestellt, aber davon blieben wir noch verschont. Ja und jetzt geht es um einen Mod, der auf Nexus Mod praktisch gestellt wurde, wo man diese Option deaktivieren konnte. Man konnte damit sozusagen das ausstellen, dass man die Pronomen wählen kann am Anfang. Wem schadet das? Das ist meine erste Frage. Es schadet niemanden. Denn derjenige, der das machen möchte, immer noch seine Pronomen auswählen, der kann das immer noch machen. Der installiert halt den Mod nicht. So, in einer gesunden Gesellschaft würde man sagen, jo, ist doch cool, ist doch eine gute Option. Da gab es einen gleichen Skandal, auch mit so einem Spider-Man-Mob, der die ganzen Rainbow-Flags dann irgendwie in New York entfernt hat. Auch da gab es eine ähnliche Reaktion von Nexus-Mods, haben den auch rausgeschmissen. Auch das wieder, wen stört das? Der Schwule, der die sehen möchte, der Trans-Mensch, der die sehen möchte, lässt den Mod einfach liegen und installiert nicht. Und der damit nicht mit irgendwelcher politischen Botschaft vollgeschissen werden möchte, der kann sich den installieren. Würde man jetzt denken, ist doch eigentlich kein Problem. Win-Win für alle. Ich wäre ja auch nicht für einen Mod, gegen einen Mod, der von mir aus den Shepard aus Mass Effect Trans macht. Wer das gerne möchte und dem dann hochhackige Schuhe anziehen möchte und sowas, go ahead. Wichtig ist es doch, und das ist doch der Punkt, dass mir diese Scheiße nicht geforcefeedet wird. So, dann schauen wir doch mal bitte, was mein MMO dazu schreibt. Das ist auch so ein linkes Drecksblatt. Also die sind mir schon ein paar Mal unangenehm aufgefallen. Ach nee, das ist 4Players. Aber mein MMO hat auch einen Artikel darüber gemacht. Und sind natürlich immer auch hier Diversity, Inclusion und bla 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 und Gamergate und Shuyuka die Beste. So, mal schauen, was ihre Argumentationslinie ist. Nexus-Mod schmeißt Antipronom-Mod für Starfield von der Seite. Wir stehen für Diversität, ja, aber nicht für Diversität der Meinung anscheinend, ne. Darf es in eurer Welt nicht geben, dass irgendjemand sagt, ich will diese Scheiße nicht sehen. Lasst mich damit in Ruhe. Wir stehen, ihr steht eben nicht für Diversität, weil dann würdet ihr diese Mods natürlich zulassen. Weil derjenige, weil es schadet ja nicht den Spielern, wie gesagt, die das machen möchten. Ja, wenn das jetzt, dieser Mod magisch sich installieren würde auf allen Computern und überall das entfernen würde, dann hättet ihr einen Punkt. Aber so habt ihr halt leider keinen Punkt. Ganz wie es sich für ein befesster Spiel gehört, arbeitet die Modding-Community auch seit dem Release von Starfield munter an Modifikation für das Weltraumabenteuer. Während sich viele davon mit praktischen oder lustigen Spielereien beschäftigen, wie etwa die Mods, die auch Ryan Gosling oder Haley Kidd in das Starfield-Universum bringen, kamen bedauerlicherweise auch weniger vergnügliche Themen zum Vorschein. Junge, diese Welt, das ist echt einfach so in Watte gepackt. Die tun jetzt gerade so, als ob das ein Mod wäre, der da irgendwie Hakenkreuze einfügt oder sowas. Bedauerlicherweise. Oh Gott, es ist ganz furchtbar, wenn ein Spieler sagt, ich will das nicht sehen. Da geht die Welt unter. Aber dazu gehört zum Beispiel ein Mod, der die Pronomenoptionen aus dem Spiel entfernt. Also, vor Players, die haben heute auch nicht eure Klicks verdient, liebe Leute, findet es bedauerlich, dass es Spielern die Möglichkeit gibt, diese Pronomenoptionen aus dem Spiel zu entfernen. Und das meine ich immer. Die Vokisten, die diskutieren, die fangen immer an und deswegen ist es so gefährlich, weil die fangen immer so mit ganz normalen Talking Points an, die ich auch noch unterstützen würde. Die sagen dann so, ja, wieso? Soll doch jeder machen, wie er will und soll doch da seine eigenen Pronomen wählen und bla bla bla. Und das ist dann immer die Position. Und da haben die meisten Leute in der Gesellschaft noch geschlafen und gesagt, Ja, klar, warum denn nicht? Sollen sie alle machen? Interessiert mich doch nicht. Jedem seins, ja, ist auch meine Position. Und habt ihr das beobachtet, wie schnell diese ganze Scheiße zum Zwang wurde? Was, wo überall schon gendern praktisch vorgeschrieben ist und du Probleme mit deinen Arbeitgebern kriegst, wenn du nicht genderst? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob das bei euch auch schon so ist. Das ist in mittlerweile so vielen Firmen so, oder dass du gezwungen wirst, deine Pronomen in deiner E-Mail anzugeben, was einfach eine linksradikale Scheiße ist. Ja? Mann, wenn du deine Pronomen angeben willst, dann mach das. Aber lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Und zwinge mich nicht, dieses Spiel, was in meiner Welt pervers ist, mitzuspielen. So, und ganz schnell artet das in Zwang aus. Die Leute können es nicht akzeptieren, das merkt man ja auch vor Players nicht, dass ich als Gamer einfach sage, hey, ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte hier ein Spiel spielen. Ich möchte mit eurer linksradikalen Scheiße nichts zu tun haben. Ich wäre auch dagegen, wenn in meinem Starfield irgendwie auf einmal Trump aufpoppen würde oder irgendwie von mir aus Alice Weidel oder sonst was und dann hier nächstes Mal AfD wählen aufpoppt. Und das Gleiche, das müsst ihr auch, wenn ihr auf der linken Seite euch mal vorstellen und es wäre genauso verrückt, wenn dann es jetzt jemanden Mod machen würde, die Linken, die sagen würde, nee, ich möchte keine Wahlwerbung für Trump haben und dann vor Players geht und sagt, naja, wir stehen für Diversität. Bitte. Das müsst ihr akzeptieren. Wir verbieten diesen Mod. Irre. Und Nexus Platt hat ihn jetzt von ihrer Plattform gekickt. Während der Charakterstellung von Starfield können Spieler sich nämlich aussuchen, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen. Neben den binären Optionen he, him und she, her, die im Allgemeinen jeweils für das männliche und das weibliche Geschlecht genutzt werden, stehen auch die genderneutrale Alternative they, them zur Auswahl. Wann damit ist die Welt gerettet? Und was soll denn da auch bitte divers und repräsentiert werden? Das ist doch, man spielt doch auch nicht immer das Geschlecht. Ich kenne super viele Männer, die auch Frauen spielen in solchen Games. Und genauso viele Frauen, die auch Männer spielen. Also, das ist jetzt immer so blöd, das meine ich halt immer. Das ist genauso wie bei diesem ganzen Racial-Ding. Jetzt wird immer so davon ausgenommen, ja, man muss repräsentiert werden, dass jemand, der jetzt einen Charakter erstellt, den auch so erstellt, wie man selber ist. Wenn ich mir da so einen Typen erstelle, dann erstelle ich mir so einen Wind-Diesel-Typ mit Glatze, der irgendwie mir vielleicht ein bisschen ähnlich ist. Aber natürlich ist der super durchtrainiert und bufft. Und der krasse Motherfucker. Und da sage ich auch nicht, wo ist denn hier die Option, dass ich hier meinen Deadbutt da machen kann und meine Brille? Was ist los? Es fehlt mir hier. Ich fühle mich hier nicht repräsentiert. Ich kann die Charaktere nur schlank machen. Oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Es ist doch wirklich auch so ein armseliges Menschenbild. Ist es denn so, habe ich hier Schwule oder Trans-Leute in meiner Community? Müsst ihr unbedingt auch einen Trans-Charakter spielen, wenn ihr ein Spiel spielt? Oder tut es auch einfach eine Frau oder einen Mann? Oder wenn ihr schwul seid, muss euer Charakter dann auch schwul sein? Ich habe es in meinem letzten Video gesagt, Life is Strange gespielt. Da habe ich ein lesbisches Mädchen an der Universität gespielt. Ich fand das Spiel toll, also gut gemacht. Ich konnte mich damit identifizieren, hineinfühlen in die Rolle. Es hat mich emotional mitgenommen. Ja, was habe ich denn mit einem lesbischen Highschool-Girl zu tun? Nix! Null! Oh Junge, ey, was ist das für ein krankes und trauriges Weltbild, wo man sagen muss, immer wenn ich einen Spiel spiele, dann muss ich auch mich repräsentiert sehen. Ist doch wirklich irre. Übrigens, nochmal, Hogwarts Legacy, gutes Beispiel. Zocke ich gerade mit großer Freude, muss ich sagen. Große Erfehlung geht raus bei dem Spiel. Also das Worldbuilding ist phänomenal. Ich bin ja gar nicht so ein großer Harry-Potter-Fan, aber das ist besser als alle Filme. Wirklich wunderschönes Märchenspiel. Und da gibt es auch einen Trans-Charakter. Das ist dann die Barkeeperin. Und die ist einfach nur da. Das wird dir nicht in die Fresse gerieben. Da wird es nicht irgendwie thematisiert groß und irgendwie so, oh, hier und Diversity und bla bla bla. Sondern die ist einfach nur da. So macht man es richtig. Wie in Hogwarts Legacy. Und nicht wie bei dieser Scheiße hier. Das scheint einigen Spielern nicht zu passen, weshalb neben heißen Diskussionen im Steve-Former auch die erwähnte Mod entstand. Nexus-Mod, die wohl bekannteste Plattform in der Modding-Community, hat diese nutzererstellte Anpassung nun von ihrer Seite geschmissen. In einer E-Mail an die kananischen Kollegen von 404-Media schrieb man, dass man den Spieler zwar nicht vorschreiben wolle, das ist wieder so ein geiles Link, radikales Doppelsprech, mit welchen Mods sie ihre Spiele veränderten, sich aber vorbereitet, nicht alle Inhalte auf eigenen Plattformen zu teilen. Ja, Wahnsinn. Das ist ja... Ja, wir sind ja für Freiheit und Meinungsäußerung. Du darfst halt nur nicht die falsche Meinung haben. Ja? Wir sind halt dafür für die Grundrechte, ist alles okay. Aber den dritten Booster musst du dir schon abgeholt haben, wenn du dir die Haare schneiden willst. Leute, das ist alles George Orwell. Das ist so eine verlorene Scheiße. Dann steht doch dazu, das wäre mir lieber, wenn diese linksradikalen Spackos einfach sagen würden, Nein, wir sind eine linksradikale Firma. Bei uns gibt es nur linke Mods. Und wenn jemand dagegen ist, dass man die Pronomen anwählt, selbst wenn das auf seinem eigenen heimischen PC passiert, dann verbieten wir das, weil wir linksautoritäre Spackos sind. Seid doch wenigstens ehrlich. Tut doch nicht so. Als ob ihr irgendwie neutral wärt und sagt, oh, wir bieten hier eine Plattform. Und ich sag euch, mein Geld bekommt ihr nicht mehr, Nexus-Mods. Das ist die Konsequenz. Ich habe die nämlich mal unterstützt, weil ich hier Skyrim für VR bis zum Tode gemoddet habe. Und da musst du so viele Mods runterziehen, dass da so eine Premium-Mitgliedschaft nutzbar ist. Das war das letzte Mal, Leute, dass ich euch irgendeinen Cent gegeben habe. Und zwar nicht, weil ich dagegen bin. Ich bin zum Beispiel auch da, wenn man mich wieder falsch versteht, ich bin auch dafür, dass es Mods gibt, die den Leuten erlauben, dann ihre Pronomen zu wählen. Da würde ich sagen, okay, gut, wenn es euch Spaß macht, macht es. Aber sich da hinzustellen und zu sagen, wir verbieten dir jetzt, das wegzunehmen, wir schmeißen das von unserer Plattform, das ist schon eine echt krasse, linksradikale Scheiße. Weiter heißt es in der E-Mail, diese Mod zu hosten war nicht für uns und wir haben sicherlich das Recht dazu, nicht jegliche Inhalte auf unserer Plattform zu hosten. Es ist kein politisches... Nein, nein, es ist kein politisches Statement. Ja, was ist es denn dann? Natürlich ist es ein politisches Statement. Es geht gar nicht politischer. Es offenbart euch als linksradikale Spackos. Denn ihr könnt es doch nicht mal ertragen, dass jemand auf seinem heimischen PC das einfach deaktiviert. Es ist ja nicht so, dass er den Master-Switch hat und es auf allen PCs deaktivieren könnte. Dann würde ich es verstehen. Das ist unglaublich. Oder eine Anpassung an die eine oder andere Seite im Kulturkrieg. Doch, das ist es hundertprozentig. George Orwell, Leute. Wir setzen uns für Diversität und Inklusion in unserer Community an. Ja, da habt ihr doch euer Statement. Sag mal, bin ich jetzt hier wieder da durchgepeitscht oder was? Wie kann man sich denn da hinstellen und sagen, hallo, wir sind nicht linksradikal, aber wir sind linksradikal. Was heißt denn das, Diversität und Inklusion? Das ist linksradikale Scheiße. Ich bin auch für Diversität und Inklusion, aber wenn ihr diese Begriffe benutzt, dann wollt ihr damit eure autoritäre Scheiße verkaufen. Das zeigt ihr doch darin, dass ihr die Leute wegschmeißt, rausschmeißt mit eurem Mod. Wenn ihr wirklich für Diversität und Inklusion seid, würdet ihr diesen Mod natürlich bestehen lassen. Und das Entfernen von Diversität, auch wenn es für viele reizvoll sein mag, steht nicht für eine positive Modding-Community. Ja, wie gesagt, sie tun so, als ob der Modder den Master-Switch erfunden hätte, wo der das bei allen deaktivieren kann. Ist aber nicht. Es ist nur bei einem selber auf dem Rechner. Irre. Absolut irre. Ein klares Statement, auf das eine extreme Reaktion erfolgte, hinter der er glücklicherweise aber auch von nur ein sehr kleiner Teil der Community zu stecken scheint. Eine Bestätigung dafür, dass dies die beste Entscheidung war, war der Hass und die Gewaltandrohung. Ja, ist klar. Jetzt habt ihr wieder Morddrohung bekommen. Mein Gott. Die von einer sehr, sehr kleinen Minderheit der Community kam. Wir sind nicht traurig darüber, diese Leute gehen zu sehen. Drei essentielle Mods für Starfield, die wir euch im entsprechenden Artikel zusammengesucht haben, werdet ihr aber sicherlich auch. Blablabla. Oh Mann, ey. Junge, Junge, ey. Es ist wirklich irre. Es ist wirklich irre. Es wird uns Diversität und Inklusion verkauft und dann werden die radikalsten Maßnahmen durchgepeitscht, wie einfach nur einen Mod zu entfernen, der keinem weh tut. Der einfach demjenigen sagt, der sagt, ich möchte eure linksradikale Märchengeschlechtsscheiße nicht mitmachen. Ich will das nicht haben auf meinem PC. Dieses Recht sollen wir jetzt auch nicht mehr haben. Leute, das ist gefährlich. Das ist totalitär. Und wer das nicht begreift, wer das nicht als Linker begreift, der ist kein Linker. Der hat diesen Namen nicht verdient. Weil links steht für Freiheitlichkeit. Dafür, dass jeder so leben darf, wie er möchte. Und wenn du mir vorschreiben möchtest, was ich auf meinem eigenen PC mache, dann bist du nicht links. Dann bist du ein Fascho. Tut mir leid. So ist es nun mal. Also, und an ihr nicht vergessen und schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung. Bis die Tage. Jo, mein lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informiere dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video.